So, dann herzlich willkommen und ersetzt zum dritten Gastvortrag in der Reihe von Feeling Out of Joint, das Unbehagen an der Affektpolitik. Ein Titel, wie ich vorhin im Workshop schon erwähnt habe, der ganz wesentlich mit den Diskussionen, die Mane-Luise Angerer und ich mit Markus Rausenberg geführt haben, zu tun hat. Das Unbehagen an der Affektpolitik ist tatsächlich inspiriert von unseren Diskussionen mit Markus. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist bei uns. Markus Rausenberg ist Professor für Philosophie an der Volkbank Universität der Künste, und zwar seit Oktober 2016, wenn ich richtig rechne, ja, und ist auch Mitglied unseres DFG-Netzwerkes Affekt and Psychotechnology Studies. Das war sozusagen der Rahmen für unsere Diskussionen über Affektpolitik und Affekttechnologien. Ist also intrinsisch verbunden mit auch der Konzeption dieser Reihe hier. Seine Forschungsschwerpunkte sind Medienteorie, Bildtheorie, philosophische Ästhetik und Game Studies. Und bei den jüngeren Forschungsinteressen habe ich noch gefunden, spekulativer Realismus, Fotografietheorie und eben die schon erwähnten Affekt- und Psychotechnologien. Das ist eher Kritik, das spekulativen Realismus. Kritik, ja, das ist absolut notwendig. Zu den wichtigsten Veröffentlichungen zählen seine Doktorarbeit unter dem Titel »Die Gegenwendigkeit der Störung, Aspekte einer postmetaphysischen Präsenztheorie«, erschien bei Diaphanes 2009, und unter den zahlreichen Herausgaben. Da möchte ich mal deinen »Ungründe«, die Titel sind immer auch sehr interessant, »Ungründe Potenziale Prekärer Fundierung«, gemeinsam mit Juliane Schiffers 2016, und »The Beauty of Theory« zur Ästhetik und Affektökonomie von Theorien«, mit Joachim Pfeffer, Mirjam Schauf und Regine Stretling 2013. Der Titel, den du heute gewählt hast, heißt »Sprünge ins Ungewisse« zum Verhältnis von Spiel, Affekt und Arbeit. Und diejenigen, die im Workshop schon waren, werden vielleicht einige Motive wiedererkennen oder auch nicht. Ich bin auch selbst sehr neugierig, was du uns erzählen wirst, aber es hat einen gewissen Science-Fiction-Anteil möglicherweise auch, weil es auch darum gehen wird, was Affektpolitik einmal gewesen sein wird. Also wir haben diese Vorherzukunft mit der Perspektive, dass es irgendwann mal ein Ende haben könnte, oder zumindest eine gewisse Epoche von Affektpolitik auch zu ihrem Ende kommen könnte, schon mal so prospektiv, vielleicht sogar mit einem gewissen Hoffnungsaspekt, in die Konzeption mit eingebaut. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und ich möchte dir jetzt gerne das Wort übergeben. Wir haben wieder Zeit, in Summe anderthalb Stunden. Also wenn die Diskussion lebhaft wird, schließen wir so viel vor. Vielen Dank, Bernd. Vielen Dank, Marie-Louise, für die Einladung ins Zern. Ich bin froh, jetzt nach einem Jahr Berlin-Absenz wieder hier zu sein. Das war dringend mal wieder nötig, mal wieder herzukommen. Ich freue mich sehr, hier heute etwas vorstellen zu dürfen, was im Prinzip ja noch so ein bisschen Work in Progress ist. Also nicht der Vortrag ist Work in Progress, sondern der Hintergrund von dem, dass das Gedachte, also in den Gedachten hier ist noch viel Ungedachtes bei, sagen wir mal so, was sich in Zukunft noch im Prinzip kulminieren soll. Vielleicht bringt uns die Diskussion da ja, beziehungsweise mich die Diskussion da weiter, ich glaube schon. Der Vortrag hat grob zwei Teile, wobei sich der erste ein bisschen mit der allgemeinen Hintergrundlage und dem Begriff des Ungewissen beschäftigen wird und der Rolle, die es heute spielt, auch im Zusammenhang mit Affektpolitik und der Affekstheorie. Das wird eher so ein bisschen theoretisch ausgreifender und übt sich auch manchmal, wenn auch lange nicht so radikal, wie ich das gerne gehabt hätte, mit dem Genre der Theorie Science Fiction. Also der ursprüngliche Titel, Vorschlag, es war nicht meiner leider, war halt ganz, war super suggestiv und ich hätte das sehr gerne so erfüllt, wie ich das gerne hatte. Ich hatte mir das, Tarkowski trifft Stanislav Lehm in der Theorie, habe ich natürlich so nicht hingekriegt, ist klar, deswegen habe ich einen bescheideren Titel dann letztendlich doch gewählt. Aber trotzdem vielleicht ein bisschen ist er dann schon noch dabei geblieben. Ich fange an mit einfach dem ersten Teil, wo es ein bisschen um den Hintergrund geht und da fange ich sofort an, gehe ich in Medias Rees mit Jacques Lacan, dessen Psychoanalyse, wie schon bei Freud, nie nur eine Ansammlung von einfach Heilungsmethoden für Geisteskrankheiten gewesen ist, sondern, wie Sie wissen, immer auch und vor allem eine Theorie menschlicher Existenz. Anlässlich einer heute durch ihre Einbeziehung in die Fernsehdokumentation Lacan Parallel von 1972 berühmt gewordenen Vorlesung an der Katholischen Universität von Louvain, hat Lacan eine sowohl einfache als auch radikale These gewagt. Der Psychoanalytiker vertritt hier die Ansicht, dass es keine absolute Gewissheit geben kann, nicht einmal angesichts des Todes. Aber was bedeutet das? Was kann so eine Sentenz bedeuten? Ist der Tod nicht die eine Sache im Leben, die unausweichlich ist? Ist es nicht absurd zu behaupten, dass man sich des Todes nicht sicher sein kann? Lacan will natürlich nicht dessen Existenz infrage stellen. Was er zur Disposition stellt, ist die These, dass der Mensch sein Leben so führt, als gäbe es den Tod nicht. Nicht, weil er sich aus irgendwelchen Gründen der Hybris bewusst dafür entschieden hätte, sondern weil die Gewissheit des kommenden Todes selbst nur eine Annahme ist, die der Mensch aus der Beobachtung ableitet. Eine Gewissheit allerdings, die das psychische System naturgemäß nie selbst erfahren kann. Das ist eine triviale Tatsache. Natürlich ist die Anwesenheit des Todes geradezu allgegenwärtig in den Medien, aber auch je nach Alter und Beruf, Teil eines jeden persönlichen Lebens. Jedoch kennen wir den Tod als solchen nicht, oder präziser, wir kennen unseren eigenen Tod nicht. Er ist eine Barriere, eine äußere Grenze, die das psychische System nicht überschreiten kann. Natürlich weiß ein jeder ab einem gewissen Alter von der Unausweichlichkeit des Todes, aber dieses Wissen ist nicht von derselben Art, wie gewusst wird, zum Beispiel wie es ist, hungrig oder durstig zu sein. Der je eigene Tod ist in einem existenziellen Sinne ungewiss, weil es sich hier um einen Existenzmodus handelt, der offensichtlicherweise als solcher nicht erfahren werden kann. Lacan argumentiert also, dass anstelle dieser Erfahrung vielmehr ein Glaube an die Existenz des eigenen Todes vorhanden ist, die natürlich plausible und im Allgemeinen unhinterfragte Annahme, dass niemand ewig lebt. Das ist eines dieser Glaubenssysteme, von dem wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Also es gibt, wie wir vorhin bei David Foster Wallace gesehen haben, es gibt keinen Atheismus. Bin noch jemand rein? Nein. Es geht um diese These, dass es keinen Atheismus als solchen gibt. Es gibt immer Glauben, nur können wir uns aussuchen, an was wir glauben, nicht den Glauben selbst. Und so auch Lacan. Die Funktion dieser Annahme oder dieses Glaubens besteht, so paradoxes Klingen mag darin, Hoffnung und Trost zu spenden. Trost, dass eines Tages, egal wie unerträglich die Existenz für das Individuum oder die Menschheit auch momentan sein mag, alles einmal ein Ende haben wird. Typisch lakonianischer Trost. Also deprimierender geht es ja kaum noch. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für Lacan das Verhältnis zum Tod tatsächlich vollkommen anders gedacht werden muss, als es normalerweise üblich ist. Eine der scheinbar intimsten und existenziellen Erfahrungen, man schreckt eines Nachts auf in der vollkommenen Gegenwart der Erkenntnis, dass man eines Tages sterben wird, das glaube ich, das kennen wir alle, ist weder intim noch individuell. Es handelt sich vielmehr um eine stabilisierende Struktur, ein System des Glaubens, so Lacans Bezeichnung, das von außen kommt und dessen Zweck nicht die Verunsicherung oder Ängstigung des Objekts ist, sondern im Gegenteil dessen Ermöglichungsbedingungen. Das Problem ist nicht, dass es den Tod nicht gibt, sondern dass der Mensch so lebt, als ob das der Fall wäre. Und diese Selbsttäuschung ist notorisch selbstzerstörerisch, eine self-fulfilling prophecy, die direkt zu dem führt, was sie verleugnet. Die direkt zu dem führt, was sie verleugnet. Ohne sie würde niemand rauchen oder Drogen nehmen, nicht Formel-1-Rennen fahren oder Kriege führen. Nicht das Bewusstsein des Todes ist laut Lacan für den Menschen spezifisch, sondern dessen Illusion der Unsterblichkeit. Es ist leicht zu sehen, dass diese beiden Aspekte, die Illusion der Unsterblichkeit auf der einen und das Konzept des Todes als den diese Illusion regulierenden Mechanismus auf der anderen Seite, in permanentem Konflikt stehen. Der Punkt ist, dass das einzig wirklich Gewisse die Ungewissheit ist. Hier trifft sich das übrigens mit einem Theorien von Quentin Mayer-Sou, dessen ganzes Buch darum geht, dass alles Ungewisse zu tilgen, bis auf die Ungewissheit selbst. Also die Ungewissheit, das einzig Gewisse ist die Ungewissheit, die Kontingenz. Wobei Kontingenz-Ungewissheit nicht dasselbe ist. Diese Ungewissheit ist als absolut zu denken, so paradox dies zunächst scheinen mag. Die eine Sache, die man normalerweise für absolut sicher hält, stellt sich für die innerpsychische Realität als unbestimmt und ungewiss heraus. Tod und Leben sind der Psyche letztendlich äußerliche Strukturen, die gleich des Symbolischen und Imaginären in Lacan's Theorie des Psychischen notwendig internalisiert werden, um das Subjekt zu konstituieren. Der Tod ist die äußere Grenze der psychischen Existenz. Warum dieser Exkurs zu Tod? Wegen des Begriffs der Ungewissheit. Diese Art von radikaler Ungewissheit, die noch nicht einmal den Tod ausschließt, scheint ein wesentliches Merkmal heutiger hochtechnisierter und globalisierter Kulturen zu sein. Unter anderem Poststrukturalismus und Konstruktivismus waren theoretische Richtungen, welche diese Ungewissheit als unhintergebare Konditius sine qua non angenommen und bis an ihre philosophischen Konsequenz geführt haben, wo Gegenmaßnahmen letztendlich unvermeidlich wurden. Gegenmaßnahmen, die aus den Reihen dieser Denkrichtung selbst erwuchsen. Der apokalyptische Kulturpessimismus eines Jean Baudrillard oder Paul Verillo zum Beispiel, der davon ausgeht, dass wir in einer Kultur der Simulation leben, in der alles Reale sich in den weiten digitaler Medien verflüchtigt habe, ist eine logische, wenn auch konservative Antwort auf eine Welt der Ungewissheit. Die Modifikation innerhalb dieser theoretischen Ausrichtung gegenüber dem Postfrukturalismus, dem sie entstammt, ist subtil, aber entscheidend. Sie akzeptiert den Status quo absoluter Ungewissheit als gegeben, aber unterminieren den eigentlichen Radikalismus dieses Befundes bei Lacan mit der Implikation, dass die Welt des Realen, des Sinns und der bedeutsamen Repräsentation verloren ist. Aber etwas verloren zu haben, ist immer noch besser, als es nie besessen zu haben. Verlorenes kann wiedergefunden werden. Daher ist es nicht schwer zu begreifen, warum diese die radikale Ungewissheit letztlich verneinenden theoretischen Gegenmaßnahmen entstehen mussten, denn wie soll man unter dem kalten Himmel absoluter Ungewissheit leben? Es ist dieser Kontext, der mit der Säkularisierung und transzendentalen Obdachlosigkeit des 20. Jahrhunderts begann und zur Zeit im Postulat absoluter Ungewissheit kulminiert, in dem neue Essentialismen wieder Konjunktur haben und um dies zu belegen, muss nicht einmal auf das offensichtliche fundamentalistische Auswüchse in Religion und Politik zurückgegriffen werden. Es gibt zum Beispiel Aspekte der Neurowissenschaften und der Genetik, die Züge eines neuen Glaubenssystems im Lacan'schen Sinne aufweisen. Nicht etwa, weil es sich hier um Illusionen handele, das ist natürlich genau Lacans Pointe. Glaubenssysteme sind als solche surreal und machtvoll wie andere Systeme auch, sondern weil es sich um Bewältigungsmechanismen handelt, die vor den Zumutungen radikaler Ungewissheit schützen sollen. Neurowissenschaftler wissen sehr genau, dass die Einfärbung von Hirnregionen als solche nicht direkt dazu angetan ist, unser Verständnis über die Funktionsweise des Gehirns entscheidend zu befördern, dass die bildgebenden Verfahren nicht fotografischer Natur, sondern das Ergebnis letztlich rhetorischer Persuasionen sind, die Evidenz erzeugen, wo es eigentlich keine gibt. In dem festen Glauben, dass die schiere Anhäufung enormer Datenmengen schon irgendwann auch zum Verständnis derselben führen werde, behandelt Data-Driven Research heute mitunter diese Daten nicht mehr als entropische Zufallsereignisse, was sie eigentlich sind, sondern als eine Art neues Book of Nature, in dem sich diese irgendwann schon von selbst offenbaren werde, wenn nur die Rechenkapazität groß genug ist. Das ist im Kern religiöses Denken, in dem Sinne, wie wir das gerade schon besprochen haben, woran nichts innerer in Falsches liegt, solange man nicht behauptet, man betreibe das Gegenteil. Eine zukünftige Perspektive wird vielleicht feststellen, dass an diesem Punkt der Geschichte Wissenschaft und postfaktische Effektpolitik nicht so weit auseinanderliegen, wie es vor allem die nicht mehr ganz so exakten Naturwissenschaften gerne für sich verbuchen würden. Die Annahme, dass die schiere Menge an Daten irgendwann ihren eigenen Zusammenhang offenbaren werde, dass etwa der Eintritt der Singularität, das Erwachen einer selbstbewussten KI oder AI nur eine Frage der Rechenkapazität sei, ist eine weit verbreitete These, aber bei Licht besehen genauso ein frommer Wunsch wie derjenige, dass Gott, wenn es denn wirklich so schlimm kommen wird, mit dem Klimawandel schon noch rechtzeitig eingreifen wird. Sie kennen das von dem Landwirtschaft, der gesagt hat, ja, Gott, Klimawandel, gut, ich sehe das durchaus ein, aber wenn es denn kommt, mein Glaube befiehigt mich zu der Annahme, dass wenn es denn wirklich so schlimm kommen wird, wird Gott schon rechtzeitig eingreifen. In Philosophie und Geisteswissenschaften erfreuen sich postontologische und postmetaphysische Ideen nach dem Tode Jacques Derrida, so scheint es zumindest keiner allzu großen Beliebtheit mehr. Selbst Papst Benedikt XVII. hat sich noch im Todesjahr Derrida's nicht leben lassen, ihn und seine Gefolgschaft des Relativismus zu bezüchten. Der Vorwurf war, Derrida habe mit der These, es gebe kein transzendentales Signifikat, keinen stabilen Wahrheitskern am Grund der Zeichensysteme, eine Entwertung jeder Religion, politischen Theorie und jedes Moralsystems Vorschub geleistet und damit die Menschheit in einen moralischen und intellektuellen Abgrund des Anything Goes gestürzt. Wie gesagt, Ratzinger persönlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 2004, der Artikel hieß Auf der Suche nach dem Frieden gegen erkrankte Vernunft und missbrauchte Religion. Erkrankte Vernunft, ja, wörtlich. Es ist möglich, dass die neometaphysischen Bewegungen in Philosophie und Geisteswissenschaften, etwa der sogenannte spekulative Realismus oder der neuerliche Hang in der Philosophie zu großen holistisch- systematischen Ansätzen in den Fußstapfen Hegels, eines Tages im Rückblick als Ausdruck des Wunsches nach Überwindung des konstruktivistischen Relativismus des 20. Jahrhunderts gewertet werden, im Sinne einer Sehnsucht nach dem Realen. Ist das nicht allzu verständlich? Sind nicht gerade die Auswüchse des globalen Kapitalismus, beherrscht von der Angst vor Ungewissheit in Gestalt der mathematischen Spieltheorie, dazu angetan, deutlich zu zeigen, was passiert, wenn nichts mehr gewiss ist, außer der Ungewissheit selbst? Im Kern ist die mathematische Spieltheorie und die auf dieser basierenden ökonomischen Theorien nichts anderes als ein weiterer Mechanismus zur Bewältigung der Provokationen radikaler Ungewissheit. Sie erzeugt mit mathematischen Mitteln die Illusion von deren Beherrschbarkeit. Die Algorithmen, welche die globalen Finanzmärkte beherrschen, versuchen vorauszusagen, wie Akteure innerhalb eines ökonomischen Systems sich in Relation zu anderen Akteuren verhalten werden. Seit John von Neumanns erst im Aufsatz zu diesem Thema wird dieses Glaubenssystem, Game Theory, genannt, weil es hier wie dort um die Domestizierung von Ungewissheit geht. Allein darum geht es den Theorien strategischer Entscheidungsfindung. Aber man kennt diese Art der Zweckrationalität noch aus einem anderen Zusammenhang. Es ist die Rationalität des Krieges. Der Wunsch, Ungewissheit um jeden Preis beherrschen zu wollen, geht von einem Zustand permanenter Bedrohung aus und es ist deutlich, wie sehr ein solcher vom Gefühl der Angst beherrscht wird. Angst vor dem nächsten Anschlag, vor Jobverlust, Angst nicht mithalten zu können, zurückgelassen zu werden, etc. Es ist nur ein kleiner Schritt von dieser diffusen Angst zur Paranoia und an diesem Punkt beginnt man sich dem Reich des Wahnsinns zu nähern. Dieser setzt ein, wenn man von der Angst vor Ungewissheit aus der Bahn geworfen wird, wenn die Glaubenssysteme, egal ob religiöser, wissenschaftlicher oder politischer Art, die Unsterblichkeitsillusionen nicht mehr aufrechterhalten können. nicht mehr aufrechterhalten können. Lacan's Anekdote in der oben zitierten Vorlesung über den Traum einer Patientin, der darin besteht, dass die Existenz sich unendlich aus ihr Selbst heraus erneuert, ist reine Wunscherfüllung, ein Rêve pascalien, wie Lacan es ausdrückt, auf der Grundlage der Unsterblichkeitsillusion, die aus den Fesseln des Todeskonzepts befreit ist. Was auf den ersten Blick wie ein unschuldiger Traum wirken mag, erweist sich als Albtraum, der die Träumerin Lacan zufolge halb wahnsinnig zurückließ. Halb wahnsinnig wird dann in Zukunft wahrscheinlich auch jene diffuse Gemengelage genannt werden, die wir heute Affektpolitik nennen. Diesem steht aus kurzen Wegen, oder besser gesagt, das epistemische Paradigma der Affektpolitik ist der Kurzschluss. Medial heißt das, und hier leih ich mir ein treffendes Wort Peter Bextes, Reflex statt Reflexion. Twitter, Wein, Like or Dislike, Love or Hate, eine Welt der Extreme, deren Affektmodus die Panik ist oder die Hysterie. Ich habe vor ein paar Tagen auf einer Tagung in Essen gelernt, dass man den Typus, der sich in so einer Welt wohlfühlt, am treffendsten als Krassisten bezeichnen kann. Von krass. Die Empfindung der Krassheit ist ein plötzlicher, schockartiger Zustand der Überraschung, der wegen seiner Kürze niemals in Erfahrung und damit Reflexion übergeht, sondern immer im Modus des Erlebens im Hier und Jetzt verbleibt. Ein Tweet ist 140 Zeichen lang, ein Wine-Video maximal 6 Sekunden und inzwischen hat sich der Konsum von Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon Prime dahin entwickelt, dass die dortigen Medienangebote mittels Plugins in doppelter Geschwindigkeit konsumiert werden können, damit man die vielen Qualitätsserien auch alle möglichst gleichzeitig reinziehen kann. Damit kann man dann eine ganze Serie in der Hälfte der Zeit binge-motschen, die man hörkündigerweise benötigen würde. Man könnte das als vorläufigen Endpunkt jener Entwicklung des modernen Zeitempfindens beschreiben, den Karl-Heinz Bohrer als Plötzlichkeit beschrieben hat. Man kann es aber auch lassen. Denn nicht eine kristalline Erkenntnis bricht sich hier Bahn, sondern ein Kurzschluss, der Medium und Soma direkt miteinander verdrahtet. Aber lassen wir an dieser Stelle vielleicht den kleinen kulturpessimistischen Ausflug auf sich beruhen und gehören zurück zum Thema des Umgangs mit Ungeweisheit. Diesmal allerdings an einem konkreteren Beispiel, und zwar dem, was uns hier alle beschäftigt, die Zukunft der Arbeitswelt und deren Rolle, die Spiel darin spielt oder spielen könnte. Der Zusammenhang wird gleich, glaube ich, hoffentlich klarer werden. Denn was die Arbeit betrifft, eines der nach wie vor weitgehend unhinterfragbaren Axiome der postindustriellen Zivilgesellschaft, ist ihre Bewertung der Erwerbsarbeit im Sinne einer unhintergehbaren Bedingung der Möglichkeit für erfülltes Leben und funktionierende Gesellschaft. Trotz der Tatsache, dass wir große Teile der Arbeitswelt inzwischen aufwendig künstlich erhalten müssen, obwohl sie gemäß des technisch Machbaren längst überflüssig sind, hat ein Umdenken bezüglich der Rolle der Arbeit für den Einzelnen und für die Gesellschaft noch nicht ernsthaft stattgefunden. Bekanntlich liegt hier auch ein zentrales, zumindest psychologisches Hindernis für das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens. Der schiere Horror-Vacui angesichts der Version einer Gesellschaft, in der herkömmliche Erwerbsarbeit nicht mehr die zentrale Rolle spielt wie noch im 19. und 20. Jahrhundert, lässt keinen Platz für Überlegungen darüber, was nach der Arbeit kommen könnte. Denn die Arbeit ist Sinnstifterin. Sie scheint heute die letzte Zuflucht des transzendentalen und auch anderweitig obdachlosen Subjekts, das den Taktungen einer entfesselten Marktwirtschaft folgend alles einstmals Sinnstiftende aufgegeben hat und nun nur noch Erfüllungsgehilfe der eigenen Selbsterhaltung geworden ist. Tragischerweise trifft die Diagnose selbst dann noch zu, wie Sie wissen, wenn es sich bei der Arbeit nicht um die allseits begehrte, anspruchsvolle, prestigeträchtige, auskömmliche und damit erfüllende Art der Arbeit handelt. Nur allzu oft ist gerade bei schlecht verdienenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu hören, dass sie eher noch einen dritten, schlecht bezahlten Job annehmen würden, als Stütze zu beziehen. Selbstwert wird heute immer noch und vor allem durch die Erwerbstätigkeit gespeist, egal auf welchem Niveau, wobei in der Diskussion gerne vergessen wird, dass es sich bei diesem Wert des Erwerbsarbeitens um eine historisch eher junge Entwicklung handelt. Nicht immer war Arbeit Sinn und Ziel des Lebens, im Gegenteil, bereits das alte Testament stellt Arbeit deutlich als Strafe dar, als Preis für die Vertreibung aus dem Paradies, in dem der Mensch nicht im Schweißen seines Angesichts für seinen Lebensunterhalt aufkommen musste und auch in nachfolgenden Jahrhunderten und Jahrtausenden war Arbeit etwas, das tunlichst zu vermeiden war, wenn man ein erfülltes Leben führen wollte. Sozial ist, was Arbeit schafft. Ein Satz, den alle politischen Parteien gleichermaßen vertreten, das ist tatsächlich so, egal ob marxistisch-länistische Partei Deutschlands oder NPD. Sozial ist, was Arbeit schafft, ist daher ein Slogan, der zwar schon sympathisch sein mag auf den ersten Blick und Wähler mit Zukunftsendsten für Maßnahmen, die Arbeitsplätze schaffen, günstig stimmt. Er bleibt aber hoffnungslos im 19. Jahrhundert verwurzelt und weist keine Antworten auf die Gegebenheiten der gegenwärtigen, geschweige denn zukünftigen Bedeutung von Arbeit auf. Es ist die These des Folgenden, dass Spiel hier einige bedeutende Denkanstöße liefern kann. Allerdings muss das Spiel für eine solche Umwertung der Werte erst begrifflich und konzeptuell ins rechte Licht gerückt werden, dass angesichts der skizzierten Widerstände und Insistenz auf Arbeit als zentralen Movens der postindustriellen Gesellschaft keine leichte Aufgabe ist. Vor allem aber gilt es zu vermeiden, unkritisch ins Gegenteil eines Lobs der Arbeit zu verfallen und einer unumschränkten Ludokratie das Wort zu reden, denn deren dunkle Seite ist weltpolitisch bereits deutlich zu spüren. Klar ist, die Bedeutung des Spiels und insbesondere sogenannter Computerspiele, besser durch Digitaltechnik ermöglichter Formen des Gamings für die zukünftige Gesellschaft, kann nicht in einer Art oeilbeckischen Horrorversion eines Freizeitparks für diejenigen bestehen, welche die dann noch wichtige Arbeit nicht leisten können oder wollen und deswegen abseits der Arbeitswelt im Zustand einer Matrix-artigen Realitätsflucht dahin vegetieren. Diese Art von Spiel entspricht auf der anderen Seite einer Art Arbeits-Disneyland, in dem die Wertschöpfungsprozesse des 19. und frühen 20. Jahrhunderts simuliert werden, um die Bevölkerung ruhig zu stellen. Ein Modell, das im Grunde frappierend an die späte DDR erinnert. Kann jedoch die Antwort wirklich darin bestehen, längst nicht mehr konkurrenzfähige Kohleminen und Fabriken wiederzuhörern? Hier wird doch nur der unangenehmen narzisstischen Kränkung aus dem Weg gegangen, dass zum Beispiel der Verfall der US-amerikanischen Schwerindustrie nicht so sehr dem Preiskampf aus dem Ausland geschuldet, sondern eher daran begründet ist, dass die technisch und gestalterisch veralteten Produkte des heimischen Marktes selbst zu Hause niemand mehr haben wollte. Wenn General Motors unbeirrt, unansehnliche und unökonomische Stahlkohler so baut, als befände man sich immer noch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, werden auch Strafzölle diese Nachfrage nicht beheben können, schon gar nicht auf dem Weltmarkt. Eine museale Konservierung historisch vergangener oder auch überwundener Arbeitsform dürfte daher kaum nachhaltige Antworten bieten. Die epochemachende Bedeutung des Spielsystems gegenüber auch keine kompensatorische. Sie liegt hingegen in einer sehr viel komplexeren Transformation dessen, was heute noch unterschiedslos Arbeit genannt wird, zur Erkenntnis Innovations- und Wertschöpfungsprozessen, die auf eine noch viel zu wenig beachtete und analysierte Weise spielförmig sind. Das heißt eben nicht, Gesundheit, das heißt eben nicht, dass Arbeit in Zukunft größtenteils durch World of Warcraft plus Grundeinkommen ersetzt werden wird, sondern, dass wir uns bereits mitten in einer Zukunft befinden, in der spielförmige Prozesse längst unabdingbare Bedingungen der Möglichkeit, nicht nur der Wirtschaft und Finanzmärkte, sondern auch zum Beispiel der Wissenschaft und der Lebensgestaltung geworden sind. Zu lang bereits hat Spiel als Zentralbegriff der Ästhetik seit Kant ein schöngeistiges Schattendasein geführt. Und tatsächlich ist die Kunst eines derjenigen Felder, in denen eine hinreichend komplexe Theorie des Spiels zuerst entwickelt worden ist. Das liegt vor allem daran, dass Ungewissheit, ein zentrales Ingredienz des Spiels, in der Kunst des ausgehenden 19. und 20. Jahrhunderts eine so große Rolle gespielt hat. Vor allem die historischen Avantgarden haben Unbestimmtheit und Ungewissheit, etwa in Gestalt forcierter Polysemie, Aleatorik, Multiperspektivität und ontologischer sowie epistemischer Verunsicherung, in eine Weise in den Mittelpunkt ihres Tuns gestellt, das an dieser Stelle bereits im Sinne einer Schule der Wahrnehmung, welche das Denken und die Wahrnehmung für die aufgeführten Mutli des Ungefähren wagen und Unbestimmten sozusagen trainiert, von einer Einübung, von einem Sprung ins Ungewisse gesprochen werden kann. Und genau hier hat das Spiel seinen angestammten Platz. Es ist dabei nun wichtig zu betonen, dass Spiel trotz seiner grammatischen Form begrifflich nicht im Sinne eines Substantivs oder einer Substanz, sondern als relationale Modalität gefasst werden muss. Spiel ist kein vorkommendes Ding, sondern ein Seinsmodus, ein Geschehen. Zwar werden einzelne Verkörperungen des Spiels auch stets Spiele genannt, Fußball, Schach oder World of Warcraft. Jedoch ist das Spiel als solches keine Entität, sondern eine Dynamik, in deren Zentrum die Aushandlung von Ungewissheit steht. Es gibt kein Spiel, dessen Ausgang nicht ungewiss ist. Dies gibt einen wichtigen Hinweis zur Bestimmung des Spiels, welches in der Geschichte seiner Theoretisierung von Kant bis Heusinger auch immer wieder ex negativo vermittelt seines Gegenteils konturiert wurde. Dabei ist allerdings stets bemerkt worden, dass sich das Spiel vor schnellen Dichotomisierungen entzieht. So ist einfach der Gegensatz zwischen Spiel und Ernst, der doch zumindest dem Alltagsverständnis des Phänomens noch recht nahe steht, bereits bei Schiller, aber insbesondere bei Heusinger nicht zu halten gewesen. Im Gegenteil, im sogenannten Heiligen Ernst, wie Heusinger das nennt, ist geradezu ein weiteres Definitionsmerkmal des Spiels gefunden worden. Heusinger, der das Spiel kulturgeschichtlich vor allem aus religiösen Praktiken und Vorstellungen herleitet, hat sich in seinem Buch Homo Ludens vor allem deswegen so lange auf die Widerlegung des Gegensatzes von Spiel und Ernst konzentriert, weil im Spiel als sinnstiftendes Moment erschien, das sich zwar menschheitsgeschichtlich im Bannkreis des Kultes und der Religion zuerst zeigte, aber der transzendenten Dimension nicht bedarf oder besser diese offen lässt. Heusingers Pointe liegt darin, in einer Welt ohne Gott die Kultur, den Ritus und heilige Handlungen durch das Spiel auf eine Weise erklären zu können, die ihnen ihren Zauber belässt, ohne diese auf Zweckrationalität und Betrug zurückzuführen, wie es etwa Marx tut. Gleichzeitig muss in einer gottesfernen Welt, Homo Ludens erschienen am Vorhaben des Zweiten Weltkriegs, der transzendente Bezug religiöser Handlungen nicht wieder eingeführt werden. Die Entdeckung Heusingers ist nicht etwa, dass Spiel eine Art Vorform von Kultur oder ein besonderes Element von Kultur ist, sondern dass Kultur als solche spielförmig ist. Spiel erzeugt keinen Sinn, Spiel ist Sinn, beziehungsweise Spiel ist sinnförmig, ebenso wie Sinn spielförmig ist. Heusinger selbst hat sich allerdings auf die Dynamik des Spiels des relationaler Modalität nicht eingelassen, die halt diese unableitbare Qualität des Spielhaften, wie er es nennt, für analytisch unzugänglich gehalten. Es war dann wiederum Georges Bataille, der auch in direkter Reaktion auf Heusingers epochemachendes Buch zur Kulturtheorie des Spiels den eigentlichen Gegensatz zum Spiel nicht im Ernst, sondern in der Arbeit gesucht hat. Bataille begründet diesen Schritt zunächst in einer Kritik an der monokausalen Ausrichtung des Heusingerschen Ansatzes, der allein das Spiel in den Mittelpunkt des Interesses rückt. Bataille, wie die meisten seiner Zeitgenossen in Frankreich unter dem Bann der Korschevischen Hegellektüre, die auf der Herr-Knecht-Dialektik fixiert ist, fehlt das Dialektische gegenüber zum Spiel, das durch seine Widerschämlichkeit den Denkweg erst in Gang setzt. Dieses Gegenstück ist für Bataille die Arbeit, und die diesbezügliche Analyse ist so radikal wie ausschlussreich. Für Bataille, den Denker der Fülle und produktiven Verschwendung, ist der zuerst durch Marcel Moos theoretisch einflussreich interpretierte Potlatsch eine der edelsten Formen des Spiels, und zwar deswegen, weil hier die Verausgabung im Wettbewerb des Schenkens die Niederungen der Frohen und des auf Arbeit basierenden Kapitalismus durch die Souveränität der Verschwendung überbietet. Ein Wettkampf der Verschwendung ringt das agonale Prinzip, das sich noch in der Form des Wettkampfs verwirkt, nieder, indem es Konkurrenz, zumindest in seinem kleinsinnigen merkantilen Sinne, durch Fülle überwältigt und damit auslöscht. Ist für Schiller noch der Mensch nur ganz Mensch, wo er spielt, ist der Mensch für Bataille erst dort auf der Höhe des Spiels, wo er sich selbst aufs Spiel setzt. Die Autonomie des Spiels, welche den Menschen nicht braucht, sondern sich auch nur auf bestimmte Weisen in seinen Handlungen ausdrückt, tilgt den Anthropozentrismus, den das Spiel noch bei Kant, Schiller und Heusinger hatte, und rückt es damit noch ein Stück näher an die Kunst. Auf dieser Prämisse basiert dann auch bekanntlich Gadamars ludische Ästhetik in Wahrheit und Methode. Zitat, das Subjekt des Spiels sind nicht die Spieler, sondern das Spiel kommt durch die Spielenden lediglich zur Darstellung. Zitat Ende. Gadamer, Wahrheit und Methode. Spiel als solches ist auch bei Gadamer nicht mehr anthropozentisch, ja eigentlich nicht mal mehr als Kulturphänomen, sondern als eine Art von Naturgewalt gedacht. In einer Art dämonischen Überbietung der Analyse von Max Weber und ganz im Fahrwasser Nietzsches ist für Bataille Arbeit nichts weiter als Produkt der Angst vor dem Ungewissen. Der Mensch, der sich vor dem Unbillen der Natur, Tod und Krankheit schützen will, tauscht seine Arbeitskraft und damit seine Freiheit gegen die Illusion von Sicherheit, die ihm Kapital und Staat als Gegenleistung Fall bieten. Bereits bei Max Weber war die Ungewissheit des Gnadenstandes Motor des kapitalistischen Geistes. Für den Kalvinisten im Sinne Webers ist die Vereinsamung des Individuums charakteristisch, für das Gott in weite Ferne gerückt ist. Einzig die weltliche Berufsarbeit erlaubt noch die Abfuhr religiöser Angstaffekte, denn der Erfolg im Beruf durch harte Arbeit errungen kann noch als Zeichen der Erwählung gedeutet werden, wenn auch nur als Zeichen, das somit auch falsch interpretiert worden sein kann. Gewissheit über den eigenen Gnadenstand ist unerreichbar. In diesem Sinne ersetzt Arbeit die magischen Heilmittel des Katholizismus, Beichte etc., um den Preis der gnadenlosen Selbstunterwerfung unter das Joch einer ungewissen Gnadenwahl. Batei nun, für den sich Hegels Herr- und Knecht-Dialektik im Zeichen der Spieltheorie zu einer Spiel- und Arbeit-Dialektik verwandelt hat, sieht im Spiel eine Kraft, die solchen Zumutungen mittels radikaler Affirmation des Ungewissen ins Gesicht lacht. Zitat Der Herr ist nach Hegel derjenige, der das Risiko des Todes auf sich nimmt, der Knecht derjenige, der um jeden Preis überleben will, indem er unter Zwang für einen anderen arbeitet. Aus dem Gegensatz zwischen der Haltung des Spiels oder des Todesrisikos und der Haltung der Angst vor dem Tode oder der der erzwungenen Arbeit gewinnt Hegel das dialektische Konzept des Menschen. Zitat Ende. Das ist das Beschreibung Bateis. Für Batei manifestiert sich im Spiel vor allem eine Haltung, auch sie natürlich eine Weise des In-der-Welt-Seins. Diese Haltung allerdings fußt abermals auf jenem Grundingredienst, das schon mehrfach begegnet ist, der Ungewissheit. Abermals haben wir in der todesverachtenden Bejahung in den existenziellen Spielen auf Leben und Tod eine Einhügung ins Ungewissen vor uns, welche sich immer mehr als entscheidendes Merkmal des Spiels entpuppt. Allerdings stehen sich Spiel und Arbeit in einer radikalen Theorie wie der Bateis nur sehr unversöhnlich gegenüber. Bateishegel ist nicht einer der dialektischen Aufhebung, sondern der agonalen Konfrontation, welche als solche arretiert ist. Wie eine Synthese aussehen könnte, davon ist hier nichts zu erfahren. Der Fetisch des Streits und des Kampfes ist hier noch zu stark im Vordergrund. Auch Heidegger setzt hier an. Widerspruch und Widerstreit sind für ihn nicht etwas aus der Realität zu tilgen, sondern Wirklichkeit selbst. Zitat Der Widerspruch ist vielmehr das innere Leben der Wirklichkeit des Wirklichen. Diese Deutung von Wesen und Wirkung des Widerspruchs ist das Kernstück der Metaphysik Hegels. Zitat Ende. Medium dieses Widerstreits nun ist auch bei ihm das Spiel, wobei die bedeutende Rolle des Spielbegriffs bei Heidegger nicht leicht zu sehen ist und umfänglicher Querverweise bedarf. Da gibt es da aber sehr schöne Monografien, etwa von Ingeborg, Heidemann oder Nette Sell zu dem Spielbegriff bei Heidegger, wenn das interessiert. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass insbesondere in Heideggers Schrift der Satz vom Grund Wesentliches zu diesem Thema anzutreffen ist. Ohne ins Detail zu gehen, sei angedeutet, dass Heidegger hier in Gestalt der Frage nach Grund und Begründung das Spiel als jedes Element des Widerstreits konturiert, dass es ermöglicht, den Satz im Sinne des Sprungens in ein konstitutiv grundloses oder besser ungründiges zu tun. Spiel wird hier nicht nur existenzialistisch aufgeladen. Entscheidend ist, dass die begrifflichen Gegenspieler des Spiels, sozusagen seine dialektischen Counterpaars bei Heidegger, nicht mehr Ernst oder Arbeit, sondern gemäß der Bedeutung, die im Spiel der Sprung ins Ungewisse hat, Ursache, Zweck und Kausalität sind. Der Satz vom Grund ist ein Sprung ins Ungewisse, eine Geworfenheit auch und gerade im Sinne des Würfelwurfs. Dasein ist immer schon eingelassen in eine Welt, grundlos durch sich selbst da. Hiermit ist schließlich ein Blick auf jenes freie Spiel gewonnen, das Kant angesichts des Geschmacksurteils als freies Spiel der Erkenntniskräfte bezeichnet. Dies ist nicht nur für das Geschmacksurteil relevant, sondern hat sich in Form spielförmiger Erkenntnis- und Emergenzprozesse gemäß den Erkenntnissen der historischen Epistemologie zum Beispiel auch für die Wissenschaft als konstitutiv erwiesen. Hans-Jörg Reinbergers Theorie des Experimentalsystems etwa kann als Versuch gelesen werden, das Prinzip spielförmiger Erkenntnisprozesse als konstitutiv, um naturwissenschaftlicher Forschung zu erweisen. Reinbergers Theorie des Experimentalsystems wendet sich gegen die Ansicht, Experimente wären schlicht Überprüfungsverfahren zu voraufgestellter Hypothesen. Vielmehr müsse ein Experimentalsystem, und das ist, glaube ich, die schönste Formulierung im ganzen Buch, das nicht eben bearmt ist, eine schöne Formulierung, vielmehr müsse ein Experimentalsystem so eingerichtet sein, dass es in die Lage versetzt, noch unbekannte Antworten auf Fragen geben zu können, die auch der Experimentator noch gar nicht zu stellen in der Lage ist. Vielmehr müsse ein Experimentalsystem so eingerichtet sein, dass es in die Lage versetzt, noch unbekannte Antworten auf Fragen geben zu können, die auch der Experimentator noch gar nicht zu stellen in der Lage ist. Bessere Definition des Spiels als Medium von Erkenntnis könnte man gar nicht geben. Das meint Einübung ins ungewisse Par excellence. In einem mit Reinberger beschriebenen Forschungssetting wechseln Begründung und Ergebnis, Ursache und Wirkung ständig die Rollen. Der Forschungsgegenstand, auf den sich ein Experiment bezieht und das technisch-diskursive Setting, mit dem es beobachtet wird, stehen in einem reversiblen Begründungsverhältnis. Reinbergers berühmte Unterscheidung von epistemischen Dingen und technischer Bedingung, also Forschungsgegenstand und Beobachtungssetting, ist daher rein rekursiv funktional und nicht entlang linearer Kausalität vorzustellen. Gängige technische Werkzeuge können im Forschungsgang in Zusammenhänge geraten, die über ihre ursprüngliche Zwecksetzung hinausgehen und somit unversehens zu epistemischen Dingen werden. Entscheidend ist der Vorgang des Geratens. Es ist planlos. Umgekehrt können epistemische Dinge zu technischen Bedingungen für die Beobachtung und Konstitution anderer Forschungsgegenstände dienen. Dies alles ist keine Relativierung naturwissenschaftlicher Forschung im Sinne eines konstruktivistischen Anything Goes, der ewig gleiche und ewig verfehlte Vorwurf an die Vernunftkritik des 20. Jahrhunderts. Im Gegenteil, vielmehr handelt es sich um die Begründung der experimentellen Forschung in der vollen Komplexität ihrer eigenen, spielförmigen Dynamik. Auch hier wird die Aufhebung von linearen Kausalitätsketten zugunsten rekursiver, orthopädischer Emergenzformen der Erkenntnis wirksam, deren ungründige Basis das Spiel darstellt. Dies ist jedoch nur die eine Seite des Spiels, dessen Autonomie einen weiteren Aspekt impliziert, der als solcher wenig auch nur zur Kenntnis genommen wird. Entgegen Schillers Annahme, dass das Spiel dem Menschen nur zu ethisch-ästhetischen Höhenflügen gereichen könne, ist der Umstand ernst zu nehmen, dass Spiel gegenüber ethischen Fragen genauso indifferent ist wie gegenüber einem Konzept wie Wahrheit. Spiel kann, etwa im freien Spiel der Marktkräfte, was man immer wieder liest, sehr schnell auch destruktiv-anarchisches Potenzial entfalten. Spiel lässt sich eben nicht, wie es die mathematische Spieltheorie allenthalen suggeriert, effektiv probabilistisch domestizieren. Die Finanzkrisen der Vergangenheit haben den Kontingenten weil spielerisch induzierten Charakter globaler Marktentwicklung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mathematische Spieltheorie, wie etwa das berühmte Equilibrium-Theorem von John Nash, den viele wahrscheinlich nur als Protagonisten von A Beautiful Mind kennen, beziehungsweise deren Fähigkeit zur Voraussage funktioniert nur, wenn die Grundprämisse des rationalen Verhaltens der beteiligten Aktanten eingehalten wird. Und genau diese Grundprämisse ist unter kontingenzgeprägten Realbedingungen natürlich nicht gegeben. Nichtsdestotrotz ist diese Art der Spieltheorie immer noch dominierende Form der ökonomischen Theorie, etwa der Chicago School. Ebenfalls unübersehbar ist, und das hört man vielleicht manchmal nicht so gerne, dass die Kunst im oben skizzierten Sinne einer Einübung ins Ungewisse, also einer Einübung ins Ungewisse, heute nicht etwa nur subversiv und kritisch den Gewalten des globalen Kapitalismus gegenübersteht, sondern mit eben dieser Einübung ins Ungewisse den Erfordernissen des neoliberalen Kapitalismus ebenfalls gerade zuspielt. Beide Ebenen, diejenige geldförmig und diejenige ästhetisch profitabler Einsätze, haben ein Interesse an einem möglichst flexiblen, fluide agierenden Subjekt, stets fähig zur Anpassung an neue Gegebenheiten und Risiko bereit. Angesichts des Spiels lässt sich die vielleicht unangenehme Beobachtung machen, dass sich Kunst, zumindest seit den historischen Avantgarden, und neoliberaler Kapitalismus durchaus näher sind, als man es vielleicht gerne hätte, und das auf sehr grundsätzlicher Ebene. Beide gehören zum selben historischen Kontinuum. Mit Blick auf die Arbeit sind die Folgen klar. Während spielförmige Erkenntnisprozesse zunehmend unsere Arbeitswelt prägen und sich zum Beispiel in flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien und Arbeitsumgebungen Manifestieren, die sie dazu angetan sind, Kreativität und Experimentierfreude Arbeitnehmer in Faltungsmöglichkeiten zu geben, ist von hier der Schritt zur Gamification und Nudging nicht weit. Aber das Spiel lässt sich nicht betrügen. Anreizmechanismen zur Effizienzsteigerung mögen kurzfristige Erfolge erzielen, jedoch ist das Spiel im parteiischen Sinne aus solchen Manipulationsmaßnahmen längst entschwunden. Begeisterung und Leidenschaft gehen in der heutigen Arbeitswelt zunehmend Hand in Hand mit Selbstausbeutung und Wurzellosigkeit. Spiel selbst ist nicht einfach the next big thing, das es nur möglichst clever zu nutzen gilt, sondern ebenso fragiles wie machtvolles Medium, dessen destruktives wie poetisches Potenzial im griechischen Sinne von Poesis Erschöpfung gleichermaßen gewaltig ist. Daraus mag sich die entscheidende Gratwanderung ergeben, die es zu meistern gilt. Heutige und mehr noch zukünftige Arbeitswelten werden vom Spiel ebenso angetrieben werden wie die Turbinen des 19. Jahrhunderts durch den Wasserdampf. Und es ist dabei wieder einmal allein an uns, ob das utopische Potenzial in Aktualität tritt oder eine gemifizierte Tyrannei der Ludokratie letztendlich überwiegen wird. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus